Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir haben letzte Folge das Hard-Dread Pack Tier 2 gebaut, das Tier 3, da haben wir auch mal Elektrumbahn für, Leer-Bahn, Gold-Bahn ist eigentlich auch gar nicht so komplex. Wieder in Überfehlen, also wäre machbar, brauchen wir aber momentan nicht, wir werden erstmal alle unsere Rohstoffe wieder in die Bühne zu tun. Dann nochmal ein bisschen was berutzeln, ein bisschen Fleisch mit, sieht das an, das ist eh fast kaputt, das schmeißen wir einfach mal weg, vielleicht baue ich auch noch gleich ein. Schuttschild dafür hier, 2 Schuttschild, das heißt, ich habe auch eine Bronze Armor für, da gibt es schon Schmelzer, das kriegen wir aber auch hin. Das heißt, wir brauchen das mal mit einem Eisenbachen und Zinnbachen. Eisenbachen und Zinnbachen. Eisenbachen und Zinnbachen. Ne, das war doch kein Zinnbachen. Ne, war es doch kein Zinnbachen. Das war Zinnbachen. Eisenbachen. Von der Herstellung. Ach, das ist auch Aluminium, da kann das noch wenig mit funktionieren. Sollte ich schon das Eisen nehmen. Wir brauchen noch 10 von diesen Bronzenbachen. Dafür braucht man dieses Kupfer. Ne, das war es noch nicht ganz. Wie machte man jetzt doch nochmal wieder Kopfer. Haugesebachen. Aus Kopferbachen und Zinnbachen war es noch nicht. Wie macht den Kapferbachen? Wie macht das hier? Wie macht das jetzt ein? Wie macht das? Das ist einfach nicht. Ich kann das nicht wiederum. Ich muss das nicht und was wirklich von einem durchfσεigern. Ich mache das nicht. Das fühlt mich Links. So, dann muss man das hier reintun und das und bekommt daraus dann gehärtete Armourplatten. Hier soll ein bisschen Rüstung haben. Das dauert dann jetzt eine kleine Richtigkeit. Da kann man auch mehr Energie mehr wie ich das so sehr. Dann kann ich wieder anschmeißen mit dem Kohle Generator hier. Und das. Das geht gar nicht. Warum auch immer. Aha, muss man so antworten. Kann man auch wieder einfach rausnehmen. Okay. Bin ich mit ein bisschen Protection jetzt drin? Weil es nicht viel ist. Weil es nicht als Protection haben. Irgendwie auch nicht. Wird gar keine Zeit in Protection. Hier ist schon wieder sehr seltsam. Naja, jetzt muss ja sowieso erstmal alles wieder volllaufen hier. Und dann wird alles wieder vollgeladen. Jetzt wird das zu beladen. 400 Tausende sind natürlich viel. Erstmal jetzt hier vollladen wir das hin. Machen wir dabei doch nochmal viel Leid. Was anderes. Also ich verstehe gar nicht. Warum auch immer so weh. Protection hatte es normalerweise ein bisschen das. Ah, jetzt hat es aus irgendeinem Grund Protection gegeben. Die Marga vor nicht. Oh, oh, oh. Ja, jetzt ist schon wieder schlimmer Hustung herher. Alles gut. So, wir warten noch ein bisschen ab. Wir gucken mal. Vielleicht bereiten wir dann doch nochmal ein bisschen vor hier. Da brauchen wir schon Diamanten für. Haben wir auch. Also es ist möglich. Es hätte dann auch gleich 2 Millionen. Ich brauche schon zwei ganze voll. Also es reicht ganz einfach auf jeden Fall. Eigentlich brauchen wir eine Hose. Und hier blaue Schuhe. Blaue Schuhe. Blaue Schuhe. Und ein bisschen Protection. Genau. So. Wieder wegräumen. und nochmal hin. Und wir brauchen hier und da werden wir schon mal mehr. Immerhin schon mal mehr. Und jetzt noch einmal 100.000 reinlaufen. Das soll dann wohl unsere erste Art reichen. Wir haben jetzt eine Folge gebaut und eine Folge ist upgrade mit dem Schutz. Das hier, wir bauen hier im Stabkopf an, das hier ist ja auch gar nicht so einfach. Wir können hier noch einen Stabfug noch mal bauen. Blocktausch. Stablos Frosch. Schock. Krab. Wir können einfach noch mal den hier bauen. Dafür brauchen wir eine Nesserquartz-Feuerscherben. Die Nesserquartz, wo haben wir das hingeholen? Hier. Das wäre natürlich schön. Das können wir jetzt ja auch nicht ändern, weil der Kultus wird so gestorben. Hier. Mit. Okay. Ja. 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 So, das heißt. Das. 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 Ich weiß es gar nicht. Ich konnte jetzt irgendwie das da rauf setzen. Oh weh. Jetzt so nicht. Stop. Fokus vorher. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat man das denn da rauf gesetzt? Ah, drück einfach F. Ja. Lesen hilft. Einfach F. Einfach die Tab-Adresse. Geht noch nicht. So, wenn das nicht geht. Na ja, da muss ich wohl auch noch mal gucken, warum das nicht geht. Wahrscheinlich. Kann man das irgendwo unter Steuerung einstellen. F-Taste. F-Taste. Flykey. Kann ich jetzt F drücken? Nein. Das ist er wahrscheinlich öfters gelegt. F-Taste. 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 Fehm. F-Taste. 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 Das ist jetzt fast voll in der Zeit, jetzt haben wir nochmal ein Stabfugie gebaut, das muss man erforschen, das muss man erforschen, das muss man erforschen, das muss man erforschen, das muss man erforschen. Das muss man erforschen, das muss man erforschen. Das muss man erforschen, das muss man erforschen. Dafür brauchen wir dann einen Diamanten, blaue Neserkrads, blaue Hamburger. Das muss man erforschen. Blaue Mist, das muss man erforschen. Das muss man erforschen, das muss man erforschen, das muss man erforschen. Das muss man erforschen, das muss man erforschen, das muss man erforschen. Das ist voll da, das ist sehr schön. Ich weiß, wir werden das mal gucken. Können wir da ja nochmal. Schlafen einmal, und das machen wir uns ja nicht mehr machen. Ne, ist voll. Und dann sage ich, ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat. Lass mich auch noch runter. Und wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.